Wie ihr wollt, in Ordnung, wie ihr wünscht, mein Herr, gut, ja, so gut ich kann, gut. Ihr benötigt mehr Lehm. Oh, ich erinnere mich mal zu Einsatzgruppe 0. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Einsatzgruppe 0, die vergebe ich in der Regel, also Gruppe 0, vergebe ich in der Regel immer an vier Leibeigene, die ich immer mit mir führe oder für lokale Bauarbeit verwenden muss. Einen Moment kurz. Entschuldigung, mein Hals kratzt ein wenig. Da musste ich erstmal ein wenig arg warten bei uns. So gut ich kann. Sehr wohl. Ja, mein Gott. So gut ich kann. Gut. Ja. Nun, ich rede von der Einsatzgruppe 0, die ich immer einsetze. Das sind vier Leibeis, die ich überall hinschicke, wo es gerade was zu tun gibt. So gut ich kann. Das sind vierauschäte flavoredsten bei Ô-ba-or... Ach, ja. Bei Bauarbeiten. Ja. Und... Ja, kriegst der Einsatz. Das sind Vertreteren die Front schweinen für den Leibeigen. In Ordnung. Bürgermeister, was hast du uns zu sagen? Ja. Darjo. Ihr seid's? Gut. Ja. Habe schon von den Schwarzen Rittern gehört. Schlecht. Da muss Eric für Ordnung sorgen. Gut. Der ist gerade in Crawford. Schlecht. Stelle euch aber ein paar Schützen zur Verfügung. Gut. Braucht ihr mehr Hilfe? Das ist schlecht. Denn dann müsst ihr mich entlohnen. Und zwar sehr gut. So ein Arsch. Wir kümmern uns darum. Bogenschützen. In Ordnung. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Ihr könnt Handel treiben, indem ihr im Handelsmenü den gewünschten Handel auswählt. So gut ich kann. Sehr wohl. Erstmal gehen wir hier unten erkunden. Da scheint es doch noch allerhand interessant zu geben. Einsatzgruppe 0. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Wir haben hier genug Leer. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich glaube, den habe ich noch niemals gefunden. Kann das sein? Hallo Dario. Ihr seht zu Hause, als bräuchte ich dir Hilfe. War dir schon beim Bürgermeister im Dorf oben? Er hilft euch bestimmt. Toll. Den habe ich niemals gefunden. Alles weg. Diese Stelle habe ich irgendwie immer übersehen. Gut. Jetzt zeigt er mir eine sehr relevante Information. Ja. Also in Ordnung. Von dem Dorf oben. Nicht in Dortmund. Natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Wie ihr wünscht, meine Herr. In Ordnung. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Gut. Sehr wohl. Ja. Sehr wohl. Die Karte ist relativ klein. Ist auch die erste Karte. Wie ihr wollt. Die erste Karte der eigentlich Kampagne. So gut ich kann. Sie kriegen hier einen kleinen Auftakt zur Gesicht an sich. Und ihr braucht die Hochschule. Kein Problem. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Ach, komm. Jawohl. Dödödöd. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr wünscht, mein Herr. und ja alle zwei Minuten nimmt seine Studie sehr gut vorsichtig und weiter geht's ja Händler so hat gegrüßt er habt ihr auch von den Überfällen gehört in diese schwarzen Ritter suchen die ganze Gegend ab aber keiner weiß was sie suchen sie hat weniger Kreide es nun nämlich haben sie bisher zum Glück in Ruhe gelassen daher läuft mein Geschäft wenn ihr mir Eisen verkaufen wollte ich würde euch einen guten Preis zahlen guter Preis wirklich so gut ich kann ja ja wie ihr wollt in Ordnung ich tue mein Bestes wer Pflege benötigt mehr Lehm natürlich natürlich ist der Lehm genau jetzt alle was auch sonst er die Erlösung ach die mobile ach natürlich für eine Miete haben wir gar nicht genug Leben ja Tja ich kann jetzt nach Norden gehen aber da will ich noch nicht hin ihr müsst euch anderweitere Zeit vertreiben ja viel Spaß sehr wohl ja sehr wohl gut ja ja gut ja wie ihr wünscht mein Herr gut gut wie ihr wünscht mein Herr so gut ich kann so gut ich kann ja ja vorwärts vorwärts Dario sehr wohl der Tag der Abrechnung von Steuern und Sold werden gezahlt wie ihr wollt sehr wohl sehr wohl gut sehr wohl sehr wohl sehr wohl wie ihr wünscht mein Herr hier gibt es ein Feld ja mein Lord so gut ich kann so gut ich kann so gut ich kann ja mein Lord ja ja gut ja du 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 ja genau wie ihr wünscht mein ja wie ihr wünscht mein Herr hab ich gerade wo ich ihr bleibt sich einfach da stehen das passt schon gut sehr wohl ja 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 mein Lord warum auch nicht einfach alles mitnehmen tja jetzt ist er pleite sehr wohl ja und so kleine Kinder funktioniert Nachwirtschaft wie ihr wollt da ist er wer gut ähm ach Herr was treibt euch hierher in diese einsame Gegend mein Bauernhof ist von Räubern niedergebrannt worden und ich habe alles verloren mein Haus meine Yacht mein Pferd Kürmütter Frosch spielt auch mit ja ein paar Kröten habe ich noch nehm sie ruhig vielleicht helfen sie euch ich brauche sie nicht mehr ja auch armer Kürmüt Herr seht nur ihr habt 500 Thaler bekommen der Mann muss wahrlich verzweifelt sein oh ja setzt das Geld klug ein ihr seid es dem Armen schuldig tja ich hab mein Bogenschutzengeld zusammen in Ordnung mir ist recht wie ihr wünscht mein Herr sehr wohl oh oh blinke eine blinkende Truhe rennst du in Dario ah Konstruktion weitergehen 260 Thaler yay wie ihr wünscht mein Herr in Ordnung es ist noch so viel Geld wie ihr wünscht mein Herr ich will mich ja nicht beschweren wie ihr wollt ja ich will mich ja nicht mein Geld 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 ist doch Geld in Ordnung in Ordnung ehm Sichtweite von Gebäuden warum auch nicht Tja, so sieht die Lager aus. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erfolgt. Ich würde eigentlich sagen, baut Eisen ab. Ja, ist gut. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in der Schule zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung am Holzgefeld. Forschung abgeschlossen. Ja. Wir brauchen vorhin noch einen Bauernhof. Zahltag. Ja. Gut, so gut ich kann, wie ihr wünscht, mein Herr. Also, dann erkunden wir mal weiter, da ist ja noch ein Gang. Ja, so gut ich kann. Ich bin fertig hier, kann ich hier zwei Arten machen. So, fahrt. Sind da aber mit vier Leute, hier kommt noch ein Bau dazu, jetzt haben wir hier vier Leute noch frei. Jawohl. Das ist höhere Mathematik. Gut, wie ihr wollt. In Ordnung. So gut ich kann. Sehr wohl. Hier ist noch ein Steinbruch. Aber hier ist tatsächlich keine Lehmgrube. Ich hatte schon irgendwie in Erinnerung. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Das... Gut. Das, äh, habt ihr nicht gesehen. Nein, ich übersehe keine Truppen. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ach, komm da rein. Wie ihr wünscht, mein Herr. Oh. 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 So. So. Ich sag, äh, übrigens... Hab ich übrigens schon gesagt, dass... Bleibeigen in der Lage sind, Ressourcenhäufchen in Sekundenschnelle zu zerlegen. Na gut. Ja, ja. Und diese Ressourcenhäufchen machen durchaus schon was wett. Aber erst mal, äh... Wird erledigt. Ja. Sehr wohl. Ne. Hier. Ein Pfützel. Zwei Zentimeter tief. Kommt er nicht durch. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es ist schon eine große Flutmode in dich. Genau. So gut ich kann. Ja. Gut. Aber... Das kleine Herr möchte sich nicht die Küchen schmutzig machen. Oder nass. So gut ich kann. Das sieht ja eher weniger schmutzig aus. Oh. Ja. Erstmal mit dir reden. Seid gegrüßt, Herr. Habt ihr auch schon von den Überfällen der Schwarzen Leiter gehört? Ja, ja. Die machen das ganze Tag unsicher. Mann, Munkels. Sie hätten irgendwo in den Bergen ein Lager... Und jetzt den Zucker ab. Das Zucker. Den Zucker. Ja, Mann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Bürgermeister. Hast du was zu sagen? Fett seid gegrüßt, Dario. Wir haben von dem Überfall auf euer Dorf gehört. Schlimme Zeiten sind das, seit die Schwarzen Retter die Gegend unsicher machen. Ich habe keine Idee, was oder wen sie suchen. Aber ich will euch gerne helfen. Gebt mir etwas Eisen und ich stelle euch einige Trupps von unseren Schwertkämpfern zur Seite. Sie kämpfen sehr tapfer und sind euren Speerträgern deutlich überlegen. Angeber. Ich nehme an. Gut, natürlich. Ihr könnt Handel treiben, indem ihr im Handelsmenü den gewünschten Handel auswählt. Kurzschwertkämpfer. Wird gemacht. Gibt es noch was? Breitschwertkämpfer, das ist die nächste höhere Stufe. Next Generation. Wir kümmern uns darum. Ach, warum nicht? Warum auch nicht? Und Dario? Die Truhe. Eisen, 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 Eisen. Gibt es noch was? Tausend lange Schwertkämpfer. Zahltag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, au. Erstmal in die Burg fliegen. Kann das anders nicht zu Dario rennen? Ich tue mein Bestes. Los, baut Eisen ab, baut Eisen ab. Keine Zeit, keine Zeit, baut Eisen ab, baut Eisen ab. Zeck Hecking, so Robbins zu Eisen ab. Das ist 120 Taler. Und mehr ist da nicht. Ich bin schockiert. Da kann es so noch rein. Und noch Chine. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Wieso ist hier kein Leben? Das finde ich verstörend. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich hatte in Erinnerung, dass hier noch irgendwo so ein Leben drüber war. Oder ich werde einfach alt. Das ist natürlich überaus im Rahmen des Möglichen. Und dafür ist ja auch kein Mensch sicher. Äh, äh, wo holt sich mal was ab, ohne dass es zu... Ach, hier hinten. Da kommt eben die Kaserne hin, denke ich mal. Ja, sieht hier sehr lehmig aus, also... Holla die Waldweh. So gut ich kann. Wie ihr wollt. Es ist Zeittag. Schon wieder. Bildung. Ihr sollt ja auch nicht alle so dumm sein wie ein Toastbrot. Nein, ich habe nichts gegen Toastbrote. Wie ihr wünscht, mein Herr. Aber es ist bekannt, Toastbrote haben eine... Wie ihr wünscht, mein Herr. ...doch relativ geringe Intelligenz. Und die Toastbrote, die intelligenter sind als andere Toastbrote... Und ein Hans-Intelligenz haben, die bedrachten mir ein bisschen Angst. Das sind dann auch die Toastbrote, die in Zukunft die Weltwirtschaft an sich reißen müssen. Oder werden. Und ich labere irgendein Kappes zusammen. Traurig. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Und wir sehen, was nicht verfügbar ist. Ausbau vollbracht. Nämlich. Und hier irgendeinen Namen einfügen. Oder... Oder andererseits auch der gewünschte Inhalt. Ist auf YouTube nicht verfügbar. Das kennen wir alle. Eure Arbeiter bezahlen ihre Stock. Einen Tag zum Feiern. Wo kann das Sägewerk hin? Laufen die so weit. Wenn nicht, dann gehen die einfach hier hin. Das passt so. Ich dachte, ich hätte ganz so rordelos geschickt. Dafür sind wir genau die richtigen... Wir erledigen das. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... So gut ich kann. Erstmal die Aufnahmen neu starten. Hört mich, weiß da.